Die vier Elemente gehen zusammen zur Uni. Wie wird deren Studentenleben sein? Schau dir Lali Lous neues Video an, um es herauszufinden. Bereiten wir zuerst die Lufthärscherin vor. Schneide einen Kreis aus Satinstoff aus und forme ihn zu einem großen Rock. Wickele das Oberteil um den Hals. Binde ein dünnes Satinband um die Taille. Wir müssen dieses Kleid noch magischer gestalten. Glitzertür hilft dabei, es richtig zum Glänzen zu bringen. Stella ist so froh über ihr neues Outfit. Fick ist die Schuhe nicht. Ein paar Schwäne haben sie Stella gebracht. Male die Schuhe weiß an. Binde sie mit Satin-Schnürsenkeln zu. Es sieht so aus, als würde Stella in der Luft laufen. Stella verbringt ihre ganze Zeit damit, Ballett zu trainieren. Sie kann ganz einfach die schwersten Schritte meistern. Stella fühlt sich in so einem Kleid fast schwererlos. Dekorieren wir die Haare mit einem Kranz. Forme ein Nest aus Zweigen. Füge etwas Grün hinzu. Setze einen Vogel auf eine Nestseite. Ich habe allen die Aufgabe erteilt, etwas mitzubringen, was mit ihrem Element zusammenhängt. Mal schauen. Ein Nest mit einem Vogel ist perfekt für das Luftelement. Das Feuermädchen hat eine Laterne mitgebracht. Das Wassermädchen hat Muscheln mitgebracht. Und die Erde hat einen trockenen Blumenstrauß mitgebracht. Wow, jeder hat eine großartige Arbeit geleistet. Gute Arbeitelemente. Stelle einen Rucksack aus einem klaren Behälter her. Befestige Gurte am Rucksack. Dekoriere sie mit silbernen Bändern. Forme einen Tornado daraus. Endlich, die Vorlesungen sind vorbei. Stella eilt schnell nach Hause. Sie kann die ganzen schweren Bücher aus ihrem Rucksack nehmen. Oh, ich muss so viel lernen. Und ich habe so viel zu lesen. Ich bin so müde. Ich mache besser ein Nickerchen. Stellen wir eine Perücke für Lia, die Wasserherrscherin, her. Bedecke den Kopf mit Frischhaltefolie. Dann müssen wir ein getrocknetes Feuchttuch drauflegen. Trage Mehrzweckkleber auf, trockne es und schneide es am Haaransatz ab. Male sie blau an. Stelle Haare aus einem Band her. Verschließe ein Ende und löse die Fäden am anderen. Wir müssen nur noch die Haarverlängerung dran kleben. Wow, ich habe wieder Haare. Dekoriere sie mit Paillettenperlen und einem Faden mit klaren Kristallen. Es gibt eine glänzende Perle drin. Wir können dieses Netz benutzen, um ein enges Kleid zu entwerfen. Wir brauchen eine weitere Schicht. Dekoriere ein langes Lametta-Stück mit Perlen und Paillettenfäden. Befestige einen Satin-Gürtel und das Kleid ist fertig. Es sieht perfekt aus. Wassertropfen glänzen auf einem langen Band. Füge kleine Kugeln hinzu. Und das Outfit ist fertig. Lea lebt ihr neues Kleid. Das Wasserelement lebt in ihrem Raum, der aussieht, als wäre er unter Wasser. Steh auf, sonst kommst du zu spät zur Uni. Oh, guten Morgen. Es wird Zeit aufzustehen. Ich habe fast verschlafen. Und ich muss noch meine Haare bürsten und mich fertig machen. Das ist schon viel besser. Stelle ein Aquarium aus einer Mizellar-Wasserflasche her. Lege klares Plastik mit Fischen rein. Lege Muscheln, Moos und Seegas rein. Klare Perlen sehen wie Luftblasen aus. Man kann sich diese Fische stundenlang ansehen. Sie hat Fischleckereien im Regal. Bevor sie zur Uni geht, füttert Lea immer ihre Fische. Die Fische sind gefüttert und Lea ist glücklich. Wir können diesen Augentropfenbehälter als Flasche benutzen. Wir haben sogar einen Deckel. Fülle sie mit Wasser. Dekoriere sie mit einem Tropfen anstatt eines Etiketts. Diese Kordel vereinfacht das Tragen der Flasche. Lea, du wolltest deine Flasche mitnehmen. Jetzt werde ich sie nie vergessen. Ich muss alles vorbereiten. Wasser? Check. Mehr Jungfrauenflossenbuch? Check. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Jetzt kann ich zur Vorlesung gehen. Lea denkt während der Vorlesung daran, genug Wasser zu trinken. Sie muss hydriert bleiben. Wer würde schon ein Glas Wasser in einem heißen Klassenraum ablehnen? Arbeiten wir an der Frisur des Feuerelements weiter. Die Frisur ist perfekt für Kathy. Stelle eine Hose aus Plissierstoff her. Schlaghosen sind in dieser Saison in. Vor allem mit einem Gürpel. Füge ein Oberteil mit einem Klettverschluss hinzu. Freie Schultern sind so modern. Glitzernde Töne lässt das Oberteil wie Feuer glänzen. Dekoriere die Schlaghose mit Flammen. Kathy ist bereit für die Uni. Sie wird alle mit ihrem neuen Outfit einschüchtern. Aber das Mädchen hat sich auf dem Weg verirrt und ist in einen Wald gelaufen. Oh nein, ich werde vom Feuer angezogen. Egal, wohin ich auch gehe. Ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Du Kraft des Feuers, hilf mir dabei, meinen Weg zu finden. Im nächsten Moment saß Kathy hinter ihrem Tisch. Hier ist Feuer. Oh, ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft. Wickele Band um einen Draht, um ihn wie ein Gestell für Kopfhörer aussehen zu lassen. Biege es. Stelle Lautsprecher aus einem gelben Band und einem dünnen Schaumgummi her. Klebe die Teile drauf und dekoriere sie mit einer glitzernden Flamme. Kethys Lautsprecher spielen immer Rockmusik. Wir brauchen zuerst einen MP3-Player. Stelle ihn aus Schaumpapier und einem ausgedruckten Bild eines Bildschirms her. Ein Faden verleiht den Kopfhörern Ton. Ja, er hat meinen Lieblingsradiosender. Falls ich etwas Neues benötige. Und ich habe meine Lieblingslieder schon auf meinem MP3-Player. Feuer, Kathy, hat genug Energie für alles. Wie macht sie das? Als erstes hat sie das ganze Material für ihre Vorlesungen durchgelesen und dann ihre Notizen durchgelesen. Dann hat sie beschlossen, sich auszuruhen und Musik zu hören. Wenn sie Kopfhörer trägt, stört sie ihre Mitbewohnerinnen nicht. Stellen wir einen Teil für eine Gitarre her. Kathy hat ihr Instrument in ihrem Workshop gelassen und Lalilu hat ihm ein feuriges Design verliehen. Das ist die coolste Gitarre, die es je gab. Ich liebe sie, das muss ich zugeben. Ich will ein Konzert rocken. Ja, Kathy ist auch eine Musikerin. Sie kann Gitarre spielen und singen. Das Publikum legt sie. Die neue Gitarre hat super Arbeit geleistet. Jetzt stellen wir euch Chloe vor, das Erden-Element. Und dieses glückliche Mädchen hat ein Annahmeschreiben von der Uni bekommen. Ich kann es kaum glauben, dass ich es geschafft habe. Ich muss das richtige Outfit finden. Ich habe irgendwo einen Rock. Hier ist er. Stellen wir ein Oberteil her. Brauner Stoff passt zum Rock. Füge Ärmel aus einer dicken Spitze hinzu. Dekoriere sie mit getrockneten Blumen. Kniehohe Stiefel halten ihre Füße in der Regensaison warm. Getrocknete Blumen dekorieren den Rocksaum. Die Schulutensilien passen in eine kleine Tasche. Hänge die Tasche an eine elegante goldene Kette. Ein kleiner Baum hat Chloe einen Zweig gegeben. Wer kann sich besser um Pflanzen kümmern als die Erde selbst? Jetzt ist diese Pflanze ein Freund, der sie überall hin begleitet. Dekoriere ihre roten Haare mit einem pastellfarbenen Kranz. Chloe hat einen Platz im Park gefunden, um ihre Kräfte auszuüben. Nur eine Berührung. Und die Magie lässt die Erde weich werden. Sie hat einen Samen mit dabei. Wie es im Buch steht. Lege ihn in die Erde und drücke ihn nach unten. Gieße ihn dann. Oh, ich habe kein Wasser mitgebracht. Chloe, bitte schön. Ich habe genug Wasser mit. Lass mich dir helfen. Lass uns die Blumen gießen. Das ist schon viel besser. Du hast mich echt gerettet, danke. Kein Problem. Die Lehrerin hat den Mädchen eine Aufgabe gegeben. Zeig die Kraft eures Elements. Chloe hat gelernt, Pflanzen wachsen zu lassen. Deswegen hat eine frisch gepflanzte Blume Blätter bekommen. Ich erinnere mich darin, dass du das Wasser vergessen hast. Nimm meine Flasche. Sie hat genug Wasser für deine Pflanze. Dank der Hilfe ihrer Freundin hat Chloe eine Eins bekommen. Luft und Feuer haben zu Hause nie Langeweile. Kathy spielt Gitarre und Stellas Vogel singt mit. Sie ist eine echte Sängerin. Ja, sie arbeitet härter als wir alle. Mädels, schaut mal, was ich hier habe. Lasst uns diese Poster aufhängen. Ja, verabschiedet euch von langweiligen Tapeten. Die Mädels haben das Zimmer so dekoriert, wie sie es wollten. Welches Element hat dir am besten gefallen? Kommentiere unten. Gib unserem Video einen Daumen nach oben. Abonniere LaliLo und klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Videos mehr von uns verpasst.